Die Ereignisse überschlagen sich, wir haben einiges zu bereden, unter anderem Bitcoin, der die 37.000 US-Dollar-Markt wieder erreicht hat und das in einer komplett anderen Ausgangslage als das, was wir gestern gesehen haben, denn wir haben im Voraus 1,8 Milliarden US-Dollar aus den Future-Märkten ausgespült, deswegen werden wir auf die aktuelle Situation eingehen, wie es weitergehen könnte. Bei Ethereum gibt es spannende News, die jetzt offiziell bestätigt worden sind, BlackRock stellt einen Antrag für einen Ethereum-Spot-ETF, dann gibt es große institutionelle News, die werde ich euch gleich auch nochmal zeigen, die Nachfrage ist weiter da und erhöht sich und eine Kryptobörse wurde gehackt, über 100 Millionen US-Dollar wurden da gestohlen, wir werden ganz genau drauf schauen, welche Coins da betroffen sind, was genau passiert ist und welche Auswirkungen das jetzt gerade hat. Falls dir dieses Video gefällt, lass gerne einen Daumen nach oben da, das hilft wirklich sehr und abonniere den Kanal, falls du neu hier bist, dann verpasst du keine weiteren Updates mehr hier und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, es geht Schlag auf Schlag, ich habe gestern noch diese Meldung hier auf Twitter geteilt, dass BlackRock kurz vor einem Ethereum-Spot-ETF-Antrag steht, denn das Ganze war erstmal in Delaware gelistet, wir haben ja gestern im Livestream noch darüber gesprochen und gestern Abend wurde das Ganze dann auch offiziell bei Nasdaq gelistet, der Antrag von Nasdaq ist jetzt offiziell. BlackRock beantragt einen Ethereum-Spot-ETF, das ist natürlich sehr positiv für Ethereum, weil natürlich da draußen gibt es immer noch die Debatte, welche Altcoins sind, Securities, da wird munter drauf diskutiert, aber wenn BlackRock daherkommt und wirklich dann auch am Ende des Tages einen Spot-ETF bekommt für Ethereum, dann wird es auch unwahrscheinlicher, dass das Ganze als Wertpapier eingestuft wird. Wir haben auch die Reaktion direkt im Kurs gesehen, hier mal der Daily-Chart, direkt neue Hochs gemacht. Wenn man jetzt hier ein bisschen rausgeht, dann sehen wir, dass wir jetzt hier genau auf dem Hoch vom 13. April sind, also das wird auch wichtig sein, dass Ethereum diese Marke hier von 2130 Dollar überbietet nachhaltig, sonst ist das hier so ein Double-Top und dann könnte das auch wieder in der Zwischenzeit abverkauft werden. Aber Ethereum natürlich auch wie bei Bitcoin, vielleicht sehen wir das auch über die nächsten Wochen jetzt, wenn das Ganze immer konkreter wird, dass Ethereum dann entsprechend auch positiv performt. Also für alle, die Ethereum halten, eine absolut positive Nachricht, dass vor allem wieder BlackRock hergekommen ist. Wir hatten schon verschiedene Spot-ETF-Anträge für Ethereum, aber wenn natürlich BlackRock daherkommt, ist das natürlich eine ganz andere Strahlkraft. Und auch der institutionelle Boom geht weiter generell im Kryptomarkt für Bitcoin, für alle anderen Kryptowährungen. Ich habe ja noch am Montag über diese Meldung hier berichtet, dass in Hongkong es geplant wird, dass man hier Spot-ETFs einführt, auch für Kleinanleger. Das würde natürlich auch nochmal zusätzliche Liquidität in dem Markt spülen, nochmal komplett neue Möglichkeiten hier für den Markt ergeben. Das hat auch die Vorsitzende der Aufsichtsbehörde in Hongkong bestätigt, dass das in Erwägung gezogen wird. Das wäre wie gesagt sehr positiv. Was es ja schon aber gibt, sind Future-ETFs und die bietet jetzt UBS für vermögende Kunden an. Die können ab jetzt den Handel mit diesen Krypto-ETFs starten. Wie gesagt, das sind Future-ETFs, einmal der Bitcoin-Future-Active von Samsung und dann hier noch ein weiterer Bitcoin-Future-ETF und ein Ethereum-ETF mit Futures drin. Das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf den Spot-Preis. Ihr wisst, dass Future-Märkte einen direkten Einfluss auf Spot-Märkte, weil einfach auch arbitrarisch gehandelt wird. Und wir sehen auch beispielsweise jetzt auch durch die ganzen Spot-ETF-News beim B2 einen Rekordtag. 240 Millionen US-Dollar in Inflows hier in diesen Future-ETF in den Staaten reingeflossen. Wenn der Spot-ETF kommt, wird es noch attraktiver und dann wird wahrscheinlich dieser Future-ETF auch ein bisschen am Marktanteil verlieren. Aber wir sehen einfach, dass sehr viel Geld auch über diese Vehikel, die schon vorhanden sind, reinfließt. Und solche Meldungen spielen dann natürlich eine große Rolle, wenn vermögende Kunden auch global gesehen in Hongkong, da gibt es, glaube ich, das wisst ihr auch alle, sehr viele vermögende Kunden, die dann auch in diese ETFs reininvestieren können, wo dann nochmal zusätzliche Liquidität für Bitcoin und in dem Fall auch für Ethereum vorherrscht. Und die Nachfrage ist so groß, dass CoinShares nicht nur am Montag jetzt den wöchentlichen Bericht hier raushaut, sondern heute auch nochmal ein Update zugegeben hat, wie jetzt der aktuelle Stand aussieht für die aktuelle Woche. Denn wir haben hier einen Meilenstein erreicht. In diesem Jahr wurden insgesamt eine Milliarde US-Dollar in die bestehenden Produkte investiert an Netto-Inflows. Natürlich an erster Stelle in dieser Woche wieder Bitcoin mit 194 Millionen, Ethereum auf Platz 2 mit 30 Millionen, Solana auf Platz 3 mit 10 Millionen und auch die Short-ETFs werden abverkauft. Von XRP ist ein bisschen was rausgeflossen, ist aber jetzt, glaube ich, nicht der Redewert. Aber auch hier Short-ETFs werden abverkauft, was ja auch wiederum positiv ist. Und das habe ich ja auch gestern noch im Livestream gezeigt, dass jetzt CME nach Open Interest Binance überholt hat. Und da sehen wir auch nochmal institutionelle Nachfrage. Die handeln wirklich, die versuchen den Spot-ETF zu frontrunnen, weil sie genau diese Entwicklung sehen. Und hier ist auch nochmal ein sehr schöner Chart, wenn man sich das Open Interest der Retailer sozusagen anschaut auf den Kryptobörsen und hier im Blau das Open Interest auf der CME-Börse, wo die Futures gehandelt werden von den institutionellen. Da sehen wir, dass jetzt hier diese Lücke geschlossen wurde und jetzt CME das Ganze überholt hat. Und die Dynamik hat sich hier zugespitzt, wo das ETF-Thema natürlich dann immer konkreter wurde. Also die Institutionellen sind da, die nutzen die Produkte, die schon vorhanden sind. Mit einem Spot-ETF wäre das natürlich noch viel einfacher und in noch viel größeren Dimensionen möglich. Die Frage wird halt bleiben, sind die Institutionellen auch wirklich gekommen, um zu bleiben oder nutzen sie aktuell nur den Hype, um kurzfristig Profite einzufahren. Das wird die Zeit zeigen und das werden wir natürlich weiter begleiten. Kommen wir jetzt zu der Kryptobörse, die heute gehackt worden ist. Es geht um Poloniex, die Börse von Justin Sun. Justin Sun steht sowieso in Kritik seit längerem und jetzt passiert auch noch das. Hier habe ich noch 50 Millionen US-Dollar geschrieben. Inzwischen waren es aber jetzt auch 113 Millionen US-Dollar. Und wenn man sich anschaut, welche Coins da drin sind, natürlich USET, auch ein bisschen Bitcoin, ETH, USDC, Shiba Inu und noch weitere kleinere Coins. Auf der Ethereum und Blockchain ist das Ganze passiert und da nochmal ein Appell von mir an euch. Lasst nicht auf der Börse eure Coins liegen, die ihr nicht kurzfristig zum Handeln braucht. Holt euch eine Hardware-Wallet und dann seid ihr schon auf der sicheren Seite. Und dabei spielt es absolut keine Rolle, auf welcher Börse ihr seid. Auch die Börsen, die ich nutze, da sage ich auch nicht, lasst alles da drauf. Es ist wirklich sehr gefährlich. Lasst nur das drauf, was ihr kurzfristig braucht. Alles andere gehört auf die Hardware-Wallet. Eine Börse ist zum Handeln da und nicht zum Verwaren da. Das ist mir ganz wichtig, hier nochmal zu betonen. Was spannend war in dieser ganzen Geschichte ist, genau wo dieser Hack stattgefunden hat, ist der TRX, also Tron-Token, komplett durch die Decke gegangen, ist hier um 25 Prozent gestiegen. Und dann kamen schon direkt die ersten Verschwörungen. War es Justin Sun selber? War es ein Inside-Job? Und die haben ja einfach hier nochmal den eigenen Token gepumpt. Was viel wahrscheinlicher ist, ist, dass der Hacker, man sieht das hier auch anhand der On-Chain-Daten, der hat hier über 20 Millionen, die er gestohlen hat, auf der Tron-Blockchain direkt in TRX umgewandelt. Und dadurch, weil einfach so wenig Liquidität vorherrschte, ist der Kurs komplett direkt durch die Decke gegangen. Justin Sun hat das dann auch direkt bestätigt, hat 5 Prozent dem Hacker geboten, dass er die behalten darf, wenn er die Gelder wieder zurückgibt. Ob das passiert, sei mal dahingestellt. Aber der Kurs ist dann auch direkt wieder runtergelaufen. Und als ich diese Meldung gesehen habe und vor allem auch diesen Kursverlauf, bin ich halt in eine Short-Position reingegangen. Das mal zur Transparenz, was ich heute mit dieser Meldung gemacht habe, habe ich direkt mitbekommen. Und natürlich nicht mit einem 50er-Hebel hier gestartet, sondern mit einem viel kleineren Hebel habe das dann hochskaliert. Und aktuell ist die Position deutlich im Plus. Und ich lasse das erstmal laufen, weil ich glaube nicht, dass hier das Ganze organisch war und dass der Kurs so schnell wieder hochkommt, weil die Gelder sind auf jeden Fall erstmal weg. Und Justin Sun hat auch direkt gesagt, die Gelder der Kunden werden von der Börse wieder erstattet. Also die Kunden brauchen sich angeblich keine Sorgen machen. Aber auf Poloniex ist, glaube ich, eh keiner von euch unterwegs. Es ist inzwischen fast eine tote Börse von Justin Sun, die er aufgekauft hat. Irgendwann früher war es eine ziemlich große Börse. Aber inzwischen ist es eigentlich nicht mehr so relevant. Aber trotzdem über 100 Millionen halt gestohlen. Und an der Stelle nochmal ein Hinweis zu Bitwavo. Denn die haben ja auch diese Kontogarantie nicht zu verwechseln mit einer Einlagensicherung. Das bewerben viele meiner Meinung nach falsch. Aber hier, wenn euer Account bei Bitwavo gehackt wird, werden bis zu 100.000 Euro gesichert. Das bedeutet, egal was da passiert, wenn jemand da einen Hack durchführt bei eurem Account, bekommt ihr das Ganze zurück. Falls euch Bitwavo interessiert, sehr niedrige Gebühren. Schaut mal gerne in die Videobeschreibung. Da bekommt ihr auch einen 10 Euro Willkommensbonus und unterstützt danach auch noch den Kanal. Kommen wir jetzt zu Bitcoin und zu dem, was ich in den letzten Stunden und Tagen jetzt gemacht habe. Wer die Videos und den Livestream verfolgt hat, weiß es eigentlich schon ein bisschen. Aber die Situation hat sich jetzt nochmal komplett gedreht. Zum einen haben wir jetzt die kompletten Verluste seit dem Terra Luna Crash aus dem Mai 2022 wieder komplett gut gemacht. Also allejenigen, die danach gekauft haben, sind wieder im Profit. Also das Nachkaufen hat sich auf jeden Fall an der Stelle gelohnt. Aber was wir gestern gesehen haben, sind wir auch kurz im Livestream drauf eingegangen. 1,8 Milliarden US-Dollar sind aus den Future-Märkten ausgespült worden. Und wer das Video gestern gesehen hat, darüber haben wir auch genau gestern gesprochen, dass ich genau diese Bewegung sehen wollen würde, dass wir hier nochmal so einen Retest sehen bei der 36.000 US-Dollar-Marke, wo die ganzen überhebelten Positionen rausgehen. Leider wurde dieses Video nicht so verteilt wie die anderen Videos. Sehr schade eigentlich, weil das meiner Meinung nach sehr wichtig war. Und wenn man sich hier den Kursverlauf anschaut, sehen wir, dass wir diesen Retest jetzt gesehen haben und diese 1,8 Milliarden US-Dollar aus den Future-Märkten rausgespült haben. Und wenn man hier mal rauszoomt, sind wir jetzt bei 37.000 US-Dollar und mit absolut niedrigen Open Interest. Also jetzt gerade ist die Ausgangssituation sozusagen wieder resettet und wir könnten jetzt hier nochmal mit einem neuen Schwung nach oben angreifen, solange wir auch wirklich Spot-Nachfrage jetzt hier hinter bekommen. Das wird ganz wichtig sein. Kommt hier jetzt wieder Spot-Nachfrage durch die Retailer, durch die Institutionellen und dadurch sollte der Kurs dann angetrieben werden. Jetzt steigt wieder ein bisschen das Open Interest, aber wenn ihr das mal im Vergleich euch anschaut, gestern lagen wir hier noch bei fast 12 Milliarden US-Dollar, heute bei 10,4 Milliarden US-Dollar und das ist hier mit der niedrigste Wert aus den vergangenen Tagen. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall etwas, was wir brauchen immer wieder, diese Retest, um neu angreifen zu können. Und in der Heatmap sehen wir das auch sehr schön, dass wir jetzt hier über dieser 37.000, über diesem Hoch aus den letzten 12 Stunden nochmal eine Liquidierungszone haben, die abgeholt werden könnte. Und wenn wir da nochmal rüberbrechen, wenn wir hier nochmal ein höheres Hoch bilden über dieser 38.000 US-Dollar-Marke, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es dann auch schneller mal auf 40.000 US-Dollar gehen könnte. Nach unten hin wichtig, diese 36.000 US-Dollar-Marke zu halten, also diesen Retest-Bereich jetzt hier nicht nochmal nach unten angreifen und dann wird es halt wichtig sein, diese Tiefs hier nochmal zu überbieten, wenn wir neuere Tiefs machen. Damit wäre dann dieser Trend weiter in den Takt und wir könnten weiter nach oben marschieren. Trotzdem immer wieder weiter vorsichtig sein, weil ich habe auch im gestrigen Video das euch ja gesagt, dass ich hier diese, laut der Liquidierungszone, hier zwei Order reingestellt hatte. In dieser Long-Position bin ich weiter drin. Ich hatte auch eine vorherige Long-Position, die ich immer wieder hier weiter abgebaut habe, weil es einfach immer weiter überhitzt ist. Und jetzt warte ich einfach ab und schaue mehr auf die Altcoins zum Traden zumindest, nicht zum Hoddlen, das wisst ihr ja aktuell. Trade ich lieber die Altcoins, als sie ins Hoddle-Portfolio einzunehmen oder reinzunehmen. Und das funktioniert im Moment wirklich ziemlich gut. Und übrigens, das wissen anscheinend nicht viele, weil ich es in der letzten Zeit nicht mehr so oft erwähnt habe, weil auch nicht viele neue Leute dazugekommen sind. Wir haben eine kostenlose Chatgruppe, wo wir uns komplett austauschen. Da sind wirklich sehr viele Leute drin mit einer der größten Community-Gruppen in Deutschland. Da sind Bitcoin-Maxis drin, da sind aber auch Altcoiner drin, Trader drin. Da tauschen wir uns wirklich noch besser aus, kommen da gerne auch rein. Das ist komplett kostenlos. Und da kann man sich sehr gut austauschen und dann halt auch von anderen lernen, Fragen stellen etc. Also das ist auch, wie gesagt, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da hat jeder was von, wenn man sich da noch ein bisschen besser austauscht als Community. Das war auch schon das Video für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und konnte dir einen kleinen Mehrwert bieten. Falls ja, lasst gerne hier einen Daumen nach oben da. Vielen Dank wie immer für euer positives Feedback. Teilt auch gerne das Video. Dann sehen Sie vielleicht noch ein paar mehr, wenn ihr der Meinung seid, dass es ein paar mehr sehen sollten. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video auch schon wieder. Ciao, ciao.